alexa kammer an einen wunderschönen guten tag geworden ich mag mal kurz ich mach mal das ich mach das mal wieder an hier damit ein bisschen licht ist wenigstens einen wunderschönen guten tag liebe freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen aber feinen vlog es ist geschafft ihr seht es im hintergrund hinter mir das licht läuft die sachen sind eingeräumt und das allerwichtigste ich fahre mit meinem quietschestuhl zurück und ja der quietscht übrigens immer noch ich habe kein wd40 drauf gesprüht ich wollte es nicht tun ich wollte diese erinnerung an die kammer behalten dass der stuhl immer noch quietscht aber ihr seht es das gesamte equipment ist hier ich zeige euch das gerne hier es ist alles da meine beine sind auch da nein kratsch es ist alles da ist es noch nicht fertig aufgebaut dann steht der verlascht die weltbox null es ist noch nicht komplett fertig aufgebaut ja die konsolen muss ich noch anschließen die switch die sorge nicht angeschlossen das ist meine wd elements meine meine festplatte dann da unten ist das sound equipment da haben wir die die focus right es ist alles hier im keller voll geil und das habe es kumos bett ist klar das muss sein tastatur maus bildschirm es ist alles da jetzt fragt euch wahrscheinlich was das denn für eine kombination kann ich euch zeigen denn es ist alles es ist alles durch da pass auf ich mach mal den hier warte ich kann mich zurückdrücken damit man da quasi eine fläche hat ich kann die bildschirme auch rausziehen ich kann sie zurückziehen ich kann sie theoretisch sind drehen wenn ich möchte ich kann alles mit den dingern machen ist voll geil und ich bin gerade einfach ich muss gerade diesen blog aufnehmen das ist total random ich werde auch nicht viel schneiden oder irgendwie groß noch was anderes machen aber ich möchte euch das einfach zeigen weil ich einfach gerade so happy bin dass das alles jetzt hier unten ist hat alles geklappt das internet hat funktioniert daumen nach oben noch mal die telekom ja pascal vom telekom hilft team und der techniker der heute da war top hat alles super funktioniert das hat ein bisschen gedauert aber gut ihr wisst ja gut ding will weile haben oder lange weile aber keine ahnung wie das heißt scheißegal ich bin nur einfach ultra glücklich dass das jetzt alles funktioniert hat das alles läuft die alexa läuft es ist alles da und es ist alles da und wir können morgen abends stream morgen also gegen 20 20 30 gibt es morgen abend einen fetten stream das erste mal hier unten aus dieser neuen kammer wenn ihr bock habt könnt ihr gerne dabei sein ja eigentlich einen einweihungs stream ich kann ich kann aufstehen ohne dass ich mir irgendwie weh tue das ist so das ist so surreal einfach weil ich mache gerade anderes licht an damit das hier im moment ein bisschen heller ist machen wir mal hell ich kann aufstehen ohne mir weh zu tun das ist voll geil oder mich durch die tür quetschen oder sowas es ist absolut surreal es ist absolut surreal und ihr seht hinten hier im hintergrund ich habe alles soweit noch ein bisschen eingeräumt noch ein paar veränderungen vorgenommen da habe ich jetzt ein doppelstöckig gemacht hier sind schon ein paar sachen drin von denen von den leuten die mir was geschickt haben was hat sich noch zum letzten video verändert gehabt die retro konsolen die sind auch alle da hier alles da wir haben wir haben das sns wir haben das n64 der playstation 1 playstation 2 das mega krasses sega master system 2 was mir jemand geschickt hat mega geil eine playstation 3 xbox 360 ein paar caps dort noch ein paar collectors editions hier unten die big boxes aber das ist alles gleich geblieben eigentlich und hier ein kleiner lego bazaar und diese lego stücke das habe ich ja gesagt im stream schon die würde ich gerne auspacken bzw nicht auspacken sondern aufbauen mit euch im stream hier oben haben wir auch noch ein bisschen lego hier oben 8080 keine ahnung wie das ding heißt keine ahnung wie das ding heißt und die enterprise jawohl nein es tut mir leid ist es war ein bisschen trickern das tut mir leid das natürlich der millennium falcon kann ich endlich mal alles hier unten aufbauen und hier unten machen und tun da hinten steht noch jede menge kram der muss auf jeden fall noch irgendwie an die wand gebracht werden wohin gebracht werden da steht ein fettes ein fettes snack paket alter das muss ich unbedingt muss ich das da muss ich ein video zu machen die komplette kiste ist voll mit sachen da sind leider paar sachen gemischt aus anderen boxen die leute mir geschickt haben aber ich mache einfach ein übergreifendes snack unboxing und fress mich voll so dass ich nicht mehr aufstehen kann ja und das ding hier ne also drei ich habe so gut es geht versucht das irgendwie so hinzubekommen dass es nicht so aussieht aber ich habe keine ahnung was ich anders machen soll ich weiß es einfach nicht ist es ist es unmöglich es sind so viele kabel guck mal hier überall kommt irgendwo ein kabel raus das ist fürchterlich ich kann es nicht ich weiß nicht was ich noch anders machen soll wenn ihr einen tipp habt die man dieses kabel gewollt hier vermeidet ich habe schon überlegt so ein kabel trommel oder so wo man das dann hier unten irgendwie festmachen kann dass das wenigstens so ein bisschen sauber aussieht aber du kannst nichts guck dir das an es sind überall kabel du kannst nichts machen jedes scheißgerät hat irgendein kabel wo irgendwo raus geht und ich habe noch nicht mal die konsolen angeschlossen dafür noch die hdmi kabel hier wird noch das netzkabel ich brauchte noch eine neue steckdose noch eine zweite die ist jetzt hier unten ich das ist schwierig das ist echt schwierig ja was willst du da machen du kannst da nichts machen es sind einfach millionen von aber millionen von kabeln aber das gute ist wenn ich hier sitze sehe ich davon steht nicht das gute ist wenn ich hier sitze und der stuhl quietscht nein wenn ich hier sitze dann sehe ich davon nichts aber wenn ich hier sitze habe ich diese view hier gut da unten liegt ein kabel das ist aber nicht schlimm aber ansonsten ich sehe hier nichts das sieht super aus da braucht da brauche ich überhaupt keine sorgen hat der geile pc ja also das ist einfach immer so ein kleiner freude wie look ja ich habe hier unten ganz wichtig übrigens ist kein product placement ich wollte nur gesagt haben bevor es da wieder ein paar leute gibt die da irgendwie meinen man müsste da fronten oder so ist es kein product placement gewesen aber es ist trotzdem cool es ist jetzt kein was weiß ich wie lockte so dass jetzt so voll professionell und so nein einfach nur mal ein blog das hier unten jetzt alles steht dass ich ab sofort hier unten aufnehme und ich bin einfach nur überglücklich ich bin es ist einfach geil es ist einfach geil kannst du sagen hat du willst es ist einfach noch mal komplett das ist wie aufnehmen auf einem neuen level haben wir geil ja und ich habe auch vorhin habe ich ein speed test gemacht ich kann das gerne gerade noch mal machen ich muss noch gucken er passt das absolut ja ich bin einfach nur mega happy ich bin einfach nur mega happy kann ich das nur sagen einfach geil ich werde die nacht jetzt noch ein bisschen damit verbringen hier ein bisschen anzuschließen vielleicht nämlich auch schon mal eine folge auf oder so irgendwas mal gucken ich weiß noch nicht was gucken wir dann einfach mal ansonsten vielleicht bleibe ich einfach nur sitzen und freue mich ich weiß nicht mal gucken was ich jetzt noch mache morgen haben gibt es wie gesagt auf jeden fall streamchen ja ich hoffe ihr seid dabei würde mich auf jeden fall freuen und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen wenn ihr bock habt dann seid aber am nächsten mal auf jeden fall wieder mit dabei ja und dann voll und support auch hier auf youtube muss das auf jeden fall mal wieder sagen dankeschön dass ihr mir all die jahre jetzt schon die treue halten und hier sowas ermöglicht ja muss man ganz klar sagen so und jetzt verabschiede ich mich wünsche euch noch einen schönen tag abend whatever nacht macht's gut und bis dahin also morgen ging es auch die folgen wieder alle weiter wollte ich nur sagen ich habe alles umgeklemmt und ich konnte heute nichts rendern nichts schneiden nichts hochladen gar nichts weil ich das ding hier alles runtergeschleppt habe hier angeschlossen habe ich war den ganzen tag beschäftigt ab morgen wieder witcher minecraft und der ganze kladderadatsch ihr wisst ja bescheid ab morgen geht es wieder regulär weiter so jetzt bitte raus macht's gut bis dahin und dank fürs zusehen